moin moin leute und willkommen zurück zu einer weiteren neuen folge so und was haben wir heute vor heute wollen wir unsere flamme stärken und ich denke mal die vorbereitungen sollten eigentlich fast abgeschlossen sein ich habe mir nebenbei einfach so eine magische kiste gebastelt so dass wir nicht permanent alles rausnehmen müssen sondern können direkt dann hier so upgraden so wir brauchen jetzt nur noch aktuell nur noch diese indigo pflanze und ich habe ja ein bisschen vorbereitet und jetzt muss ich gucken was war denn noch mal indigo die hier was flachs shit okay ich denke mal hier sammeln 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 so wie viel haben wir genau 15 ok gut da muss ich hin gut dann würde ich mal sagen dann packen wir das mal alles rein hier außer flachs die ich packe ich in die kiste du kannst erst mal da reingehen so dann würde ich mal sagen werten wir mal auf die flamme stärken so auf jeden fall können wir sechs auf sieben nur ein alter zusätzlich machen statt 8 7 schade okay man mir erstmal stufe wird dann auf 4 erhöht das heißt einige rote erst mal was sind dann wieder normal das können wir dann passieren mehr attributen und wir können länger reingehen was auch ziemlich cool ist so wir haben ja wunderbar let's go schalom stufe 4 sehr schön okay dann hätten wir jetzt das erledigt und das bedeutet wir können jetzt wenn wir wollen noch so einiges machen wir können jetzt da passieren aber wir wollten jetzt die restlichen sachen noch ein bisschen aufdecken bevor wir dann weiterziehen ich würde sagen hier ist noch was hier ist noch was und naja hier da müssen wir auch noch hin wo starten wir denn wo starten wir denn haben wir irgendwo eine flamme wo wir einfach so untergehen können wir könnten von hier aus so runter gehen oder von hier aus hier runter ja ich würde mal sagen wir fangen mal hier an und arbeiten uns hier runter und wir nehmen ja wir nehmen von hier aus gut 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 dann wollen wir mal eben futtern okay gut gut und dann noch das hier ausrüsten wunderbar dann wollen wir mal so ich hoffe wir sterben da nicht ne ist ja auch nichts rotes okay das sieht gut aus wow fliegen macht auf jeden fall spaß naja wie gleiten ja hä ähm trotzdem müssen wir aufpassen auf diese roten soßen ne die können uns so oder so noch oh mein gott da ist eine rote soße ich hasse mir erstmal ne man sieht trotzdem nicht viel ähm genau das meinte ich mit der roten soße das ist eklig weil das würde so äh uns so oder so äh töten ok mhm müssen wir uns ein bisschen hocharbeiten wa hallo ok ähm wie kommen wir denn hier weg ist das eine höhle oh ne schade ok hm da müssen wir ja andersrum so wir schauen mal auf der karte nicht dass ich äh wie äh könnte auch so lang gehen ne aber wir wollen erstmal da wir schauen erstmal wir schauen erstmal äh äh was ist das denn hier äh 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 waren wir schon mal hier äh 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 noch in meinem fleisch der erste bis äh war nur ein bitteres vorspiel für die vielen weiterem die folgten ich fürchte meine Zeit ist gekommen meine Muskeln spannen äh sich an äh äh meine Haut dehnt sich ich kann sie äh 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 sehen wie sie äh nach außen dringen ich wurde in der Katabunkel äh verflucht in meinem Buskrab nagen tausend Bisse okay wunderbar ähm haben wir irgendwas Neues dazubekommen oder wie oder wo äh äh okay das kennen wir noch nicht das ist neu okay cool dass hier auch noch was war das wusste ich nicht ah interessant gut dass wir doch hier ähm so lang gegangen sind gut und weiter interessant was man hier so alles findet nur das Problem ist wie kommen wir jetzt da hoch ah ne das ist schon wieder Miasma okay ähm ähm ach so das ist ganz anderes Miasma ne kommen wir da auch wieder hoch ich hoffe es ja gut alter was wie schnell ist der bin bitte schön gestorben okay indigo pflanze sehr nett sehr nett äh das kommt mir ein bisschen alles bekannt vor ob wir da schon mal hier waren wait a minute was ist das oh ich erinnere mich das war doch mal tödlich hier ne ja das war mal tödlich okay cool okay okay ähm ähm upsie das war ein Fall Damage ach das ist ne Wurzel na komm erst mal die kleinen hier ja chillt doch mal okay äh also hier ist ein Spawner okay gut damit hab ich jetzt auch nicht gerechnet oh da ist ja noch ne Truhe ja was ist denn los kletter doch hoch ähm was haben wir hier Bernstein das 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 okay oh noch ein Bogen ey okay naja 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 ja 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 immer diesen legendären Mist ey was keine Ahnung Wolf was mit dir da passiert ist aber ich denke mal so hast du keine Chance mein Lieber ähm warte mal hier ist ne Kiste naja komm nehmen wir mal mit ist hier sonst noch was äh da ist noch ne Kiste okay Heiltrank ja nehm ich gerne mit dort nehmen wir alles gerne mit äh das brauchen wir nicht okay okay reffend Die haben ja eh immer das gleiche, ne Also denke ich mal, dann brauchen wir von denen Nichts looten Ja, wir ziehen einfach mal weiter So, ähm Okay Da ist es mir ein bisschen zu duster Warte mal Ne Ne, hier ist gar nichts Aber was könnte hier drinnen sein Wir nehmen mal hier unsere Dinge ins Jahr Unseren Schildchen Okay Ansonsten Was haben wir denn noch hier? Nö Okay Hier ist nichts mehr Nee Das brauchen wir auch nicht Da können wir ruhig weiterziehen Was? Okay, da habe ich noch einen Wolfie gesehen Na ja, komm her Ah, der will nicht Dann hat er Pech gehabt Cool Noch eine goldene Truhe Was haben wir denn hier? Heldenschild Ui Okay Okay Ah Shut up So Dann denke ich mal Dass wir jetzt Glaub ich hier alles haben Jetzt müssen wir nur noch Gucken wie wir Hier rauskommen Also da oben geht es ja eigentlich lang Aber wo ist der Weg? Na oben Da gibt es hier auch sowas wie Ein Fahrstuhl-Liftings-Booms Ah Hier ist gar nichts Kommen wir hier hoch? Nö Hier ist noch eine Kiste Nö Rotze Brauchen wir nicht Das ist auch Rotze Brauchen wir nicht Was wir brauchen ist ein Ausgang Wie kommen wir hier raus? Wo ist der Ausgang? Weil von hier aus kommst du ja nicht raus Also wenn da eine Leiter wäre Ja Aber so Hm Ne 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 So funktioniert das hier nicht Aber Dann müssen wir uns hochbuddeln Oder so Ne Ich hab keinen Plan Aber ich würd's mal Ne das geht gar nicht Oder? Warte mal Es geht so nicht Okay Aber ich Hab schon ne Idee Wie wir da rauskommen Wir müssen ein bisschen hier was machen Das könnte funktionieren Wie machen wir da noch was? Wir machen da noch was Na Warum dreht der Arschloch? Okay Das funktioniert immer noch nicht ganz Ähm Dann müssen wir noch ein bisschen weiter Okay So Jetzt aber ne Aber ich will aus diesen noch raus Oh nein 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 Nicht rutschen Ne Nicht rutschen Na toll Das müssen wir von unten Mal was ansehen Ey Das bringt uns aber auch nicht so weiter Oh im Ernst Oh der ist runtergerutscht Ey das ist doch nichts Ein fucking Ernst Wieso rutschen wir? Ey ich will aus dieser Verfickten Höhle raus Ach nö Komm Bitte Bitte Jetzt aber Jetzt müsste das funktionieren Ich hoffe es Nein Ey, was macht der Dude Wieso rutschen wir da runter Ey, ich werde hier irre Ich will nur aus diesem Loch raus Das kann doch nicht so schwer sein Okay, gut Das Problem ist Unsere Spitzhacke ist auch schon fast hin Okay Nein, 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 nein Ich verstehe das nicht Warum der einfach so runter geht So Na komm schon Also, geht doch Puh Alter Schwede Das war eine harte Geburt Gut, äh, wir sollten, äh, viel Was, warte mal, warte mal, was Wieso haben wir das denn wieder nicht gesehen Ey, ich verstehe das nicht Wir haben eigentlich, äh, so einen richtig dummen Umweg irgendwie gemacht Aber wir haben diese Scheiße nicht mehr gesehen Okay, äh, ich würde sagen Wir müssen hier mal langsamer raus Und ich habe das Gefühl Und ich habe das Gefühl, wir haben nachts, ne Naja, natürlich Okay, gut Äh, wir haben ja das hier Haha Gut, ähm, wie sieht es mit Essen und Trinken aus? Ähm Sollten wir mal auch wieder zu uns nehmen Okay, gut Ähm, so, dann schauen wir mal Wir sind hier, ne Wir müssen weiter hoch Okay 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 Was? Achso Okay Oh, diese Nacht, ey Na gut, dass ich hier erörlicht habe Damit die auch ein bisschen was sehen können Aber nicht für euch Sondern für mich natürlich auch Okay Die Gegner, die ignorieren wir mal Äh, die brauchen wir nicht wirklich Was? Was haben wir denn, äh Ah Hier ist ein Dorf Okay, okay, okay Das Problem ist, ähm Wie kommen wir denn da hoch? Mh, nee Auf jeden Fall nicht, oder? Oh Okay, was haben wir denn hier? Äh, hier Ne, hier ist gar nichts, ne Ne Äh, das Honig Brauchen wir nicht Also, dann schauen wir uns ja erstmal hier unten Was? Oh, der macht endlich mal Licht Oh, was? Oh, was? Alter Ach, da ist was zum Lesen Interessant Äh, das Gebräu gehört uns Bruder, die Elixier Äh Destinierte läuft immer Noch über von den Von dem Zeug Äh, ja Äh, niemand wird, äh, bemerken, dass, äh Ich etwas, äh, genommen habe Da Komm rüber Lass uns trinken Cheers, Samuel Kiste Ja, nehm ich mal Ausnahmsweise mal Okay Ja, was gibt's denn hier alles? Oh Da ist was Hier Aber nicht das Ah Okay, hier ist mir erstmal Oh Okay Check Okay Okay So, was haben wir denn hier? Bestimmt mit dem Zelt, ne? Äh, nein Warum leuchtet das hier? Ah, okay, okay, okay Warte mal Wir machen Terraform Na, noch ein bisschen, ne? Ups Bringt der Hubgear Minus 20% Dingens hier Aber plus 20% Äh, Mana Regeneration Okay, nice Was? Was sind Gegner? Okay, nice Schlamm Warum ist das rot? Ist da eine Wurzel oder ist das Miasma? Oh mein Gott, hat er mich erschrocken Aber und zieh dich So Oh mein Gott Da sollte ich sehr gut aufpassen Und das ist eine Höhle, ne? Ja, das schauen wir uns gleich auch mal an Oh mein Gott Dieser Hund, ey Okay Okay, und da haben wir eine neue Seite Ich habe etwas, äh, knacken gehört Äh, frühmorgens war ich, äh, an der Mühle Sie knarrte Ganz furchtbar Ich schob, äh, so fest wie ich konnte Doch etwas blockierte sie Zu meinen eigenen Entsetzen, äh, war Irgendein Trottel Hineingeklettert und, äh, liegt jetzt da Begraben unter Wurzeln Sein Körper, äh, geschwollen und aufgedunsten Der Saft der Pflanze, äh, tropfte von seinen Nippen Ich fischte, äh, heraus Was von ihm, äh, übrig war Und kehrte, äh, es Ich kehrte es, äh, noch Vor dem, äh, morgen Leuten Unter den Dielen Neben der Mühle Äh, wenn, äh, wenn das Der Leiter der Hygieneabteilung, äh, erfährt Kann ich mich, äh, von einer Prämie verabschieden Was machen Leute Sachen? Gut, gut, gut Äh, was war da? Da war Tod, ne? Ja, ja Aber da geh ich auch gleich mal hin Ich will wissen, was denn diese komische, äh, Dingens hier ist, äh Alter, Schwede Diese Kackbärenfallen So Okay Okay Hier ist es auf jeden Fall schon Hä? Okay Okay Gut, gut, gut! So, was habt ihr dann so schönes? Die haben alle diesen komischen Elixier, ne? Hm. Okay. Ah, da ist noch was. Das ist zu. Ich will wissen, was im Haus ist. Scheißschlamm. Ah, komm, wir machen mal so. Damit wir was sehen können. Okay. Also, ich sehe hier gar nichts. Außer hier so eine dämliche Kiste. Okay, cool. Okay. Okay. Also hier scheint wohl echt gar nichts zu sein Alter, wie viel ruhe ich bitte Oh, es wird morgens Das war die eine Rolle, die wir Was war denn das denn? So, die müssen wir glaube ich lesen, ne? Genau, äh Lieber Oskar Oh mein Gott Ach, der ist schon tot, okay Junge, Junge, Junge Der hat uns was umgebracht Krasser Dude Muss ich erst sagen So Dann wollen wir mal weiterlesen Lieber Oskar Du warst schon Ah, im Ernst So, jetzt aber alle tot, ne? Gut So, jetzt aber Lieber Oskar Du warst schon immer ein, äh, Lieblingsneffe Mein Lieblingsneffe Äh, so jung und rüstig Oh, Oskar Meine alten Knochen klappern Äh, ich kann mich, äh, kaum noch an Äh, ich kann mich noch, äh, kaum noch, äh, um die, äh, Farm, äh, immer grün kümmern Welch Schande So weite Felder Reif und üppig Perfekt Für einen jungen Recken Wie mich, äh, dich Ähm, ich überlasse dieses, äh, friedliche, äh, Gehöft Deinen fürsorglichen Händen Oh, geerbt Schön Aber trotzdem Wer hat das? Niemand jetzt So, Alter Wie viel Metallschrott hier ist, äh So Was? Ach, da ist der andere Oh, Alter Wie viele Leute hier sind Oh, da ist ja noch einer Okay So, was hätten wir denn hier? Das ist Pflanzenfaser Das ist Pflanzenfaser Das ist Pflanzenfaser Sorry, aber Nein Oh, was haben wir denn hier? Und das ist auch noch was Und das ist noch was Alter, mal Wie viele Kisten gibt's denn hier, bitte? Oh, Zaubertonika Okay, cool Eine Unglückskeule Cool Narren So, was haben wir denn hier? Mehr Geschichten Ach, diese Quessie da Okay Bruder, du verrätst mich also Wie der Rest Ihr seid alle Feiglinge Ich werde meine eigenen Elixierbrunnen graben Alles Elixier im Glutal soll mein sein Ich werde mich nicht länger auf die alten Wege Und die alten Namen verlassen Dies ist der Anbruch eines neuen Zeitalters Das Zeitalter von Sameth Sameth, ey Keine Ahnung Haben wir den Namen schon mal irgendwo gehört? Und da ist zweimal tot Sonst hätte er uns getötet So Okay, hier ist echt sehr viel Story, muss ich sagen Mehr benötigt Ach, das ist wieder die Quess Bruder, selbst jetzt kann ich seine Kraft spüren Die mich durchströmt Das Elixier ist ein Wunder Ich fühle mich schon wie ein neuer Mensch Überfallen wir heute Abend Die Elixier Die 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 anderen werden nichts ahnen Und wir werden das Elixier monatelang für uns haben Wenn du mir gegenüber auch nur ein Funken Loyalität verspürst Dann kommen Dann kommen um Mitternacht In mein Zelt Wann sieht sie? Ich sag mal Samuel Samuel Der Typ Ich weiß nicht Hatten wir den da schon mal irgendwo? Ah Stimmt ja Das war diese Das ist diese Geschichte zu dieser Dingens hier Zu verhindern Mächten ist Ah, okay, okay So Ah ja, stimmt ja Da oben wollten wir noch hin Bäh, der Schlamm So, wunderbar Hup Okay Aha Cool Cool, 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 cool Dann hätten wir hier Ja, glaube ich Alles abgeschlossen Naja Also hier sehe ich gar nichts mehr Was wir hier so noch machen könnten Äh, waren wir da unten schon Ah, so eine dämliche Kiste Brauchen wir nicht Wir suchen was anderes So Da Wir schauen trotzdem mal rein Okay Überredet Nehmen wir mit Okay Okay, gut Aber unser Ziel Ja, okay Wir müssen weiter oben, ne Gibt es überhaupt eine Möglichkeit Irgendwie da hoch zu kommen Ich meine Wir reden ja von ganz oben, ne Wobei Wir waren ja schon, ne Huch Äh Ne Ah, ich glaube Da ganz hoch kommen wir glaube ich nicht Ähm Oder Da Wir haben keine Älser, mehr Sind wir los Hier ist auf jeden Fall sehr viel Leben Ansonsten Ey, das ist viel zu hoch Ne, ich glaub, das können wir echt klicken Ich könnte mal da gucken gehen Na Da müssen wir nur noch aufpassen, dass wir nicht in die Grütze fallen Oh mein Gott, Alter Ne Da geht's nicht weiter Und außerdem brauchen wir da nicht reingehen, weil da haben wir schon abgeschlossen Okay Ja, dann würde ich sagen Die gehen von hier aus Äh, oder? Die müssen ja eigentlich so lang, ne? Wobei, das ist schon fast das Gleiche Okay Ja, dann gehen wir mal kurz hier hin Genau, da setzen wir unser Wegpunkt Und genau Da müssen wir hin Genau, da hoch müssen wir Wir haben genau so Wir haben gar nichts mehr Achso, ähm Wie sieht das mit der Map aus? Haben wir irgendwas Neues erkundet? Ähm Was wir aufdecken müssen? Ne, 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 ne Okay Das heißt ja, nur noch diese Flamme aufdecken Gut, dann machen wir das mal Was? Äh Äh, da ist ja auch noch ein Dorf Und Achso, das ist Festgott, ne? Ja Das könnte sein, dass wir da auch eventuell schon waren Aber Wir ziehen eh weiter Ah, okay Hier waren wir locker Junge, mach mich nicht aggressiv Bis neun Okay Dann nehmen wir mal das Wasser hier, ne Äh Mehr Wasser bitte Keine Wasser Okay, gut So Äh Äh Sag nicht, das ist der Miasma Oder ist der Miasma nur das kleine Fetze? Äh Das ist echt nur da Diese kleine Fetze hier Oh, denn ist wieder was Großes Ah, guck mal Da ist es Okay Okay Aber hier gibt's nix zu lesen, ne? Sehr weird Oh Okay, gut Ähm Dann schauen wir uns mal weiter um Ähm Wir sollten mal hier gucken, was da sich verbirgt Und dann sind wir, glaub ich, erstmal durch, ne? Ah, komm her, du scheiß Wolf Ahm Weg mit dir So Ah, okay Hier ist ein Haus Interessant Äh, warte mal Ne, hier ist nix Also ich hab das Gefühl, dass hier ein Ketter gibt Gibt, ne? Okay Okay Hier ist sonst, äh, gar nix Sehr schön Äh, dann können wir hier weiter Hopp Herrlich, ehrlich, ehrlich Ähm Ja, dann gucken wir noch ein bisschen weiter runter Was ist das denn für ein Bau? Das würde mich interessieren Aber so wie das aussieht, ist es, äh, geschlossen, ne? Okay Okay, kommen wir nicht weiter Das heißt, das wird sich dann irgendwann öffnen Kann das sein? Ah Okay Gut Das wird irgendwann, äh, ich glaub in der Vollversion Oder so weiter Gibt's dann halt hier ein neues Gebiet Das dann hier bestimmt so hoch geht Oder so Wer weiß Keine Ahnung Ähm Dann sollten wir hier unten noch ein bisschen gucken Weil Da haben wir noch ein Haus gesehen, ne? Außerdem können wir da hoch, ne? Ja, Tatsache Wir können da hoch gehen Also können wir doch da, äh, gucken gehen Ich würde ja gerne da gucken gehen, aber Das Haus Äh, ach, das Haus Was für ein Haus Ja Keine Ahnung Wir gehen hoch Weil ich, äh, neugierig bin Was da oben ist Mal sehen Was erwartet uns dort Okay Gibt es hier irgendwelche krasse Geheimnisse? Da ist was Was haben wir denn hier? Okay Gut, 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 gut Gut, dass ich auch noch nebenbei Dietrich hier habe Ah, okay Wir haben ja auch Metallschraub, ne? Schnauze So Äh Wait Warum ist sowas hier? Was ist das hier? Ne, hier ist nix Wo sind wir denn hier? Necropolis? Hä? Hm Okay Aber dann würde ich erstmal sagen Ähm Ich würde mal hier von, äh Von hier aus mal den, äh Papen Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder Bis dahin Tschüss 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 Tschüss